...antragen, dass wir dann halt auch Leihwagen bekommen von der Stadt. Ah. Sodass man dann halt wirklich auch in jeder Klasse antreten kann für ein bestimmtes Startgeld. Dann kannst du halt mal wirklich alle Klassen fahren. Ah cool, man kann quasi die Wagen von anderen Leuten zu Schrott fahren. Ja, das mache ich sowieso am liebsten. Sozusagen, ja. Dementsprechend gibt es halt ein Startgebühr, damit es auch so... Ach so. Ja, ja, okay. Trotzdem. Kann ich trotzdem lustig werden. Ja, shit. Ja, wenn du dann mit Absicht in die Wand fährst, dann... ...kriegst du von mir aus Verbot. Ja, obwohl, wer will denn das kontrollieren, ob ich mit Absicht gegen die Wand fahre? Naja, wenn du so straks mit 200 auf die Wand zu fährst, dann würde ich schon sagen, dass es mit Absicht war. Ja, obwohl, ja, stimmt, das... Ja, aber das mache ich mit Absicht. Mit Absicht, dann warum sollte man nicht mit 200 Sachen gegen die Wand fahren? Ich habe schon ganz andere Sachen gemacht. Weiß nicht. Das glaube ich dir irgendwie. Welcher Grund würde denn dagegen sprechen, nicht mit 200 Sachen mal ordentlich gegen die Wand zu fahren? Weiß nicht. Ich würde halt morgen nochmal gerne aufwachen. Ja, also ich bin danach aufgewacht und wie man sieht, bin ich total in Ordnung immer noch. Hä?